Weiß ich nicht, sag ich dir gleich Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 Challenge Project mit dem Andi, Paddy und Schweizer. Hallo. 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 Am Donnerstag. Ja, am Donnerstag. Ich sag, das ab sie jetzt nicht mehr. Warum nicht? Was bist du denn jetzt so? Nee, nicht mehr. Ticke. Ha. Ha. Hi. Was willst du denn jetzt hier? Deine Plätze. Und was soll ich da machen? Aufladen. Wenn keine Ahnung. Okay. Ich bin doch unterwegs. Uh, da war ein Leck. Da steht der Anhänger. Lass tauschen, Schweizer. Okay. Welcher Anhänger? Der Ballanhänger ist auf dem Weg zur Ablaufstelle. Der zweite wahrscheinlich, meint er. Nö. Ja, Paddy, dann komm rauf. Da, wo Darky rufen ist. Hier bei der 63. Dann koppel ich ab, dann fahr du zum Abladen. Wo müssen wir denn hin? Ganz oben beim Händler. Das ist BGA? Nee, nicht BGA. Das ist... ... ... ... ... ... Wegen der BGA. Wie heißt das? Ah, keine Ahnung. Okay. Bin direkt hinter dir. Pass auf, hier... Ja, auf, da ist Darky, der... ...wenn wir wieder scheiße machen, dann... Ach, der soll leiser wollen. Kennst du doch. 110.000 Liter Silage. Abflug. War es nicht verbunden? Nee. Genau deshalb. Ich schau mal, ob du... ...nur soviel abgeben kannst, wie die Mission braucht. Warum? Weil die anderen hier in der Region gehen auch dahin. Ach so. Verstehe. Das man natürlich so irgendwie, keine Ahnung, zwei oder so fertig macht und dann... ... bei einer näheren Verkaufsstelle. Also quasi... ...gute lösen und nur... ...Stückchen für Stückchen reinfahren in den Träger. Mhm. Verstehe. Du hast gesagt, was braucht's? 241.000. 241.000 braucht's. So, oder 10.000 damit. Dann... ...Piano abladen, Party. Nicht alles am einmal. Wettmess wird das erste Feld 70 fertig. Wie immer. Ja, Fahrzeuge genug dabei wird so alt. Die laue Position sehe ich wieder. Zwei Leute mit Frontad erwarten, bis die Ballenpresse aufgibt. Ich fahr gleich mal zum nächsten Feld, dass wir dann mähen können. Es hat schon praktisch gerne mal den Frontlader hier dabei zu haben. Ja, ja. Also, das sagt, das sieht so aus wie ein Transformer, wenn du 27.000 Sachen dranhängen hast, aber... Das ist ne Challenge. Ich fahr jetzt nicht. Ich fahr jetzt nicht zu dem Feld vor, nicht, dass da ein anderes Team draufkommt, dann die Mission zu nehmen. Ich bleib... Bleib bedeckt. Und ich bleib an dem anderen Feld stehen, das wir nicht annehmen. Party, ich seh schon oben. Ich fühl mich beobachtet und verfolgt. Ich gröle da so ein Case-Motor die ganze Zeit hinter mir. Ich hab die Sonnenblende runtergemacht, ich seh nichts mehr. Warte. Ich kann doch auch irgendwie auf Neutral schalten, theoretisch. Damit er schön den Motor aufheulen lassen kann hinter mir. Ich bin grünes am Düngen auf das Sekt. 46, das große Feld. Ach, die Sonne hier verdienen. Ja, es ist die 70, die zuerst kommt. Ja, war klar. Weiter, weiter, weiter. Noch ein Stück, noch ein Stück. 70 nicht abgeben. Weiter, weiter. Stop, stop, stop! So viel. Oh, nee, du. Adi, hast du gut gemacht. Die liegen noch vier Ballen rum. Ja, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Jetzt kannst du da reinwerfen. Wenn das Problem ist, die liegen auf dem Boden. Dann schiebst du die rein beim LKW. Dann schiebst du da rein. 60, er braucht 12,000 Liter. 12,000 Liter. Das sind die vier Ballen. Ja, na, geht schon. Nee, das sind nur drei Ballen. Dreieinhalb. Mach nur drei rein. Aber was müsst ihr denn warten? Wir müssen auch wieder los. Ja, mach alle vier rein und komm her. Hier stapeln sich schon die Zweier-Stacks. Und den Schafen geht's gut, ne? Ja, den geht's richtig gut. Das healt. auch schon setzt sich jetzt da schon fertig aufgeben sehr schön noch nicht jetzt auf dem ersten feld was wir gemacht haben an die liegt aber nichts meiner da war gerade noch vor ein paar lugen wo was die rehe fangen dass es herkommt ich bin unterwegs aber wenn es meine fahrbahn kreuz dann nimmst du es halt mal mit dann machen wir das re passend passen mit einer rotweinsoße und nudeln was sonst nödel ja du bist dazu wissen kannst du dich erst jetzt schon wieder so ich hab mal abends gefunden ja die sind geil aber sie sind so extrem verpackt ist ganz viele kinder gegen die geduld habe ich nicht mehr die geduld hat er nicht mehr du bist alt mhm hatten wir schon erwähnt dass er der donnerstag ist ne also heute ist der amestergebiet für uns braucht ja auch keiner also wenn wer da mal fertig wird mit pressen kann ich das nächste feldmähnen das nächste feldmähnen nur stresst er den alten mann nicht drei bahn noch na schön ja 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 Was ist das, ich bin in der Couchroom? Ja, falsch abgebogen, entschuldige bitte. Okay. Kein Problem, passiert mir auch. Legen wir dann Party nur mit der Menge an Ballen rauf, die wir für die 67 brauchen, oder machst du voll? Ahnung, mal schauen. Du kannst auch mit ihm verladen. Den drei Ballen. Ja, ne, wenn du die Ballen fertig gepresst hast, kann ich als nächstes mähen. Also, einen Krieg würde jetzt noch ein paar Missionen geben, aktuell. Wir sind sehr klar. Was ist jetzt? Samstag. Landstag? Sonnastag, ja. Ach, geschehen. Ja, es wird dahin schon noch ein paar Ballen Missionen geben, gell? Und... Fertig. Ne, warte. Fertig. Alter, hab ich mich jetzt hier festgefahren. Bim, 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 bim. Ich brauche noch ein bisschen. Hebe mal. Vorne. Häng hier fest. Was tust du? Hier nicht rauskommen, man kommt hier nicht rum mit dem Mähwerk. Da, wo ich langgefahren bin, komme ich mit dem Gespann nicht rum. Das ist da, direkt an der Burg, das ist ein Krieg. Was machst du denn an der Burg? Besichtigen. Hoi. Die kaufen wir nämlich noch. Hast du Eintritt bezahlt? Ne. Designfahrten. Mhm. Also rückwärts ging's mit der Presse. Ja, ich bin hier bei dem Platz auch rückwärts mit reingefahren mit dem Mähwerk. Ja, ich bin hier bei dem Mähwerk. Ich bin hier bei dem Mähwerk. Ich werde blockiert. Die Kufa steht vor mir da, der kommt nämlich auch nicht weiter. Das läuft bei euch. Ich weiß nicht was er hier treibt. Uwe hat ein Engaschen. Ich konnte nicht ansprechen. Ich kann das schon mal sehen. Wir haben Déjà-vu, hier waren wir schon mal. ja wir waren auch so ziemlich alten silagefelder schon ein Stück zurück aber sie großen deutschen kauft doch sie und siebzig hoffzig das grüne elend ist mir schon ein paar mal entgegen das fährt ja machbar fällt rum weiß gar nicht wie viel besser hat denn der 240 denn es hat auch als investitionsplan schlepper mit über 250 ausgerufen sie werden größenwahrzeuge probate baut doch gar nicht über 200 ne der größe hat 200 das ist gerade der gewicht fehlt hier taue ich mich nicht zu ohne alles gut und 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 Ah nee, du hast dein Mähwerk verloren. Ja, ich weiß, ich bin gerade überlegen, wie ich weitermache. Ist jetzt gleich fertig, dann können wir die nächste abschließen. Machen wir kleinere Felder mit Silage oder wollen wir... ...größere Felder mit Heu machen. Heu wollen jetzt schon im Lager. Wie bitte? Ich lausche erstmal. Ich würde es auch erstmal abarbeiten. Dann machen wir die 78 als nächstes. Hier haben wir welche, die zu Peinklick gehen. Ja, 78. Wenn du fertig bist, Werner, sag Bescheid. Ich sag Bescheid. Kommt darauf an, wie sauber ihr das haben wollt. No. Keine Spielereien. Keine Kapriolen. Hm? Ich will zumindest den hier noch voll machen. Ich fahr erstmal weg. Oh, ich hoffe, das war nicht zu früh. Ah nee, müsste passen. Warte, geht schon wieder weg, oder war? Ja. Ich will nochmals kommen. Ich fahr jetzt erstmal den scheiß Fick, ja. Habt ihr das ganze Feld da drauf gebracht? Ja, ne? Ja. Okay, sehr gut. Gut. Liebe Leute, für heute sind wir fertig. Danke fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.